Klatschen klappt ja, ne? Aber es gibt ein paar Stellen, die sind ein bisschen schwieriger. Und zwar rhythmisches Klatschen. Also so kann ja jeder. Jetzt. Im Prinzip so schon, nämlich an der einen Stelle ist es... Ja, super, klappt. Aber am Ende jeder Zeile gibt es ein... Wenn der anfängt mitzusehen, kommt am Ende der Zeile jetzt die richtig rhythmische Herausforderung, punktiert. Tack, tack, tack. Macht mal mit. Das läuft doch total. Wir spielen unser zweites Kerzenlied. Heute. Wir spielen die Geschichte eines jungen Mannes, der eine Kerze kaufen geht. Und der Kerzenmacher ist nicht zu Hause. Aber seine Frau. Aber nicht im Laden. Auch nicht im Eckgeschoss. Eine Etasche höher. Dort, wo normalerweise das Stavzimmer ist. Und nun ja. Verrat doch nicht so viel. Sonst klatschen die nicht so. Ach so, sonst hören die auf den Text. Ja, das ist scheiße. Ja, das ist schon. Ich war in eine Chandler's Shop. Ich habe einige Kandler's für eine Kandler zu kaufen. Ich kam in eine Chandler's Shop, aber niemand konnte es spiehen. Und ich war still disappointed, so ein paar Angegen-Württemberer ich sagte. Wenn ich hörte die Sound von einem ein Ride Above Me Head Wenn ich hörte die Sound ein Ride Above Me Head Ich war quick und ich war slick und up die Stairs flog. Und ich war sehr üblich, dass ich die Chandler's Wife in bed gefunden habe. And where there was another man of quite considerable size And they were having a right before me ice Oh, and they were having a right before me ice And when the fun was over and done, the lady raised her head And very surprised was she to find me standing by her bed If you would be just great, my boy, if you would be so kind Why don't you come up for something whenever you're feeling kind So many the nights and many the days when the Chandler wasn't home To get myself some candles to the Chandler's show by Rome And never the one she gives to me, she gives to me instead A little bit more of the, to light me way to bed Just a little bit more of the, to light me way to bed So come all your married men, take heed whenever you're going to town And if you leave your wife at home, be sure and tie her down If you would be so kind to her, just lie her down on the floor And give her so much of the, she doesn't want any more Oh, just give her so much of the, she doesn't want any more Danke schön, tschüss! Mal einen ganz großen Applaus für Glendaloch Hier zum ersten Mal Herzlichen Dank So, jetzt kommt die versprochene Überpause Aber bevor hier so ganz viel passiert, nochmal ein Hinweis Also wir haben ja neu jetzt dieses Jahr zum ersten Mal Da hinten in dem Winger, hier um die Ecken rum Wird gegrillt, da gibt es Rinders Gegrillts